Ich bin Manuela, Schweizer Reiseleitung des Meraldo Tours. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche für unsere Gäste hier auf diskrete Art. Ich empfange alle unsere Gäste am Flughafen persönlich, um zu begrüssen und zu zeigen, dass wir hier sind. Und komme auf Wunsch auch alle unsere Gäste im Hotel besuchen. Ich habe sicher den schönsten Arbeitsplatz auf der Welt, weil der schöne Panorama hinter mir, das ist die wunderschöne Golfo di Marinella Bucht. Wir sind im Juli und es hat so wenige Leute. Es ist wirklich Garantie für einen ruhigen Ferienaufenthalt. Das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Von der Reiseleitung erwartet man ja immer. Der Geheimtipp. Und das ist wirklich ein Geheimtipp. Also mit ruhigem Gewissen auf Sardinien kommen. Es ist alles da, man kann alles benutzen. Die Märkte sind offen, die Restaurants sind offen. Man muss draußen ja keine Maske tragen, auch am Strand. Man kann alles geniessen, aber mit voller Ruhe. Es hat keine Hektik, es hat keinen Lärm. Es ist wirklich für einen genussvollen Ferienaufenthalt, muss man dieses Jahr auf Sardinien kommen. Ausatmacht. Ausatmacht.